So, halli hallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Südhämmern in der V4. Nicht in der V4-1, weil, ganz einfach, ich hab mir nämlich für die V4 hier extra noch die Texturen angepasst und so weiter. Und das kostet auch immer mal ein Stück Arbeit und deswegen, er hat nur ein Gitter gefixt, ne, bei der Raffinerie. Und irgendwas noch, irgendwas kleines, was, achso, ein Fehler im Lager 03. Aber das nutze ich sowieso nicht und das bei dem Gitter, da kann ich auch erstmal drüber hinwegsehen. Deswegen bleibe ich auch erstmal in der V4 und, ja, auf jeden Fall, unser Feld ist fertig gewachsen. Endlich, Gott sei Dank, unser Feld ist fertig gewachsen. Ich hab uns auch noch ein Wasserfass besorgt für, ja, das werden wir sowieso brauchen, ne, für die Raffinerie und so weiter und so fort. Denn da muss ja auch noch Wasser hin und sowas, ne, hab ich uns ein Wasserfass gekauft, gucken wir uns gleich an. Und hier können wir gleich den Helfer losschicken und dann das Stroh einsammeln. Denn wir haben den Ladewagen ja immer noch gemietet, der steht ja immer noch am Hof. Den müssen wir dann, ja, wenn das hier eingesammelt ist, auch wieder zurückgeben. Weil dann brauchen wir den erstmal nicht mehr. Und, ja, so viel erstmal dazu. Und es ist noch ein Feld erntereif. Und zwar das Feld Nummero 14. Da in der Mitte so ziemlich. Ich geh mal hier so auf den, genau, in der Mitte ziemlich, rechts vorm Hof. Das ist auch erntereif. Allerdings müssen wir dort Kraut entfernen. Hm, was hat er denn da nun wieder angeseht? Kraut entfernen? Das können ja nur Kartoffeln oder Rüben oder sowas sein. Nö. Weder Kartoffeln noch Rüben. Was genau das ist, das werden wir dann demnächst sehen. Wir brauchen auf jeden Fall, müssen wir uns dafür wieder was mieten. Und zwar das Erntegerät dafür. Und was genau das ist, werden wir dann demnächst sehen. Dann, wahrscheinlich, ja, noch in dieser Folge, nehme ich jetzt mal an. Wenn alles glatt geht, wenn wir das hier schnell aufgesammelt kriegen und so weiter. Dann sollte das auf jeden Fall funktionieren. Dass wir uns das noch diese Folge angucken. Habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Weil auch ich habe das noch nie gemacht, ne. Gut, ich habe auch noch nie Hopfen geerntet. Ging auch in die Hose. Fandet ihr alle total kacke. Ja, es ist so, weil ich das mit einem normalen Schneidwerk ernten musste. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr zu der Ernte sagt. Und wahrscheinlich ist das auch wieder kacke. Aber es geht halt momentan leider nicht anders, ne. Und ja, wir werden uns das angucken, was genau das dann ist. Ich denke, dass wir da noch diese Folge zukommen. Wenn nicht, dann in der nächsten. Schauen wir mal. Oha, der Drescher ist gleich das erste Mal voll. Okay, dieses Feld war nicht geflügt, aber dreimal gedüngt. Das wäre ein Knaller, wenn hier ordentlich Ertrag runterkommt. Denn die Gerste müssen wir weiterbringen. Und zwar zur Brauerei. Ne. Und da muss dann aber, glaube ich, auch Wasser noch hin. Also Wasser und Gerste. Und dann kann die aber, glaube ich, loslegen. Das wäre natürlich genial, weil dann haben wir den ersten Wirtschaftszweig sozusagen schon mal bedient. Schon mal abgedeckt. Und dann gucken wir gleich mal, was das Bier bringt momentan. Mal gucken, ob wir da reich von werden. Das ist ja das Ziel. Wir wollen ja reich werden hier. Ja, sicher. Wer will das nicht? So, der Drescher ist gleich voll. Ich werde ihn auch gleich stoppen. Da fährt das Binnenschiff ohne Textur. So, und stopp. Und zurück. So, dann können wir das Rohr schon mal ausfahren hier. Stopp. So, dann switchen wir mal durch. So viel ist eh nicht zu switchen. Also es ist der Case. Und der JCB. Der JCB. Achso, was sich auf den ersten Blick geändert hat, ist auf jeden Fall der Hof. Da haben wir jetzt hier so eine kleine, das war aber schnell, so eine kleine, ja, Sitzgelegenheit hier mit dem Weber-Grill. Auch wenn er wahrscheinlich gar nicht von Weber ist. Das macht ja nichts. Und ein Boden. So ein bisschen Deko-Krimskrams haben wir jetzt hier noch am Hof. Finde ich echt schön. Finde ich nicht schlecht. Endlich geht es dann los. Und auch hier, diese Holzbalken finde ich total schön. Also die finde ich wirklich echt schön. Das ist, glaube ich, auch nicht so ganz billiges Holz gewesen. Ja, das ist das, was sich auf den ersten Blick verändert hat. So, fahren wir mal los hier. Holen wir mal die Gerste ab. Und dann kann sich der JCB auch gleich den Ladewagen schnappen. Können wir hier nämlich das Stroh dann auch direkt einsammeln. Und zum Komposter bringen. Da brauchen wir dann natürlich noch Treibstoff. Das heißt, wir brauchen dann noch einen Anhänger dafür. Ei, ei, ei. Alles Kosten über Kosten. Ich muss gleich mal gucken, wie es überhaupt finanziell aussieht. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Kredit haben oder nicht. Oder wie oder was. Keine Ahnung. So. So, das können wir jetzt mal eben gucken. Danach gucken wir, was Bier bringt. Okay, 50.000 können wir zur Not noch aufnehmen. Das ist gar nicht so schlecht. Und jetzt wollten wir noch gucken, was Bier bringt. Äh, ja. Was ist denn hier Bier? Bier. 1917 am Hotel bei der Wassermühle 1936. Nicht schlecht. Nur weiß ich natürlich nicht, wie viel Ertrag wir da rauskriegen, ne? Das weiß ich jetzt noch nicht. So, den packen wir mal hier in der Mitte von den zwei Schwaden. Und dann könnten wir theoretisch den Helfer losschicken. Wobei, der wird mit den Bäumen da hinten nicht zurechtkommen. Ach, komm. Wir müssen. Na, warte. Die Bahn, da werde ich ihm ziehen. Da rechts bei den Bäumen. Weil da bleibt er ansonsten hängen. Weil er denkt, oh je, ein Baum in die Nähe. Da bremse ich lieber. Da habe ich Angst vor. Safety first. Ich sage es ja immer wieder. Sicherheit geht uns alle an. Na? Ansonsten? Schmucker Drescher. So, für den Startfuhrpark finde ich den gar nicht mal so schlecht, ne? Da geht was vorwärts. Stell dir mal vor, wir hätten hier noch den Sampo. Nee, danke. So, dann werden wir ihm die äußere Bahn einmal fahren. Und dann können wir ihn noch losschicken. Für zwei Bahnen, würde ich jetzt sagen. Dass er dann noch fahren kann. Aber in der Zeit können wir schon mal Stroh einsammeln. Stopp, 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 stopp. Okay. Dann schauen wir mal. Dass wir die hier schön abkriegen. So, runter mit dir. Ja, perfekt. Dann sollte er hier nämlich keine Probleme kriegen mit den Bäumen hier. Weil ansonsten laut Kollisionsabfrage und so weiter und so fort wären ihm die Bäume hier im Weg gewesen. Dann hat er hier wahrscheinlich diese Bahn nicht fertig gemacht. Aber alles halb so wild. Jo, warte mal. Hört sich fast genauso an. Oh, der fällt doch bald auseinander. Habt ihr das gehört? Tuck, 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 tuck. Oh je, mein ey. Genau. Und wenn wir da oben sind, können wir den Helfer losschicken. So, dann musst du eben einfach niesen. Ja, 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 ja. Es geht mir aber schon besser. Muss man mal dazu sagen. Es geht mir echt schon wieder besser. Gott sei Dank. Ging ja auch lang genug jetzt. Über eine Woche. Anderthalb Wochen. Fast zwei Wochen. Lag ich echt. flach, ne? Mit Fieber, mit Husten, mit Schnupfen, mit ach, alles mögliche. Ohrenschmerzen und Nasennebenhöhlen und oh, volles Programm. Unglaublich. Also, ich mecke oder jammer eigentlich nicht, wenn ich krank bin, ne? Aber, ich muss auch echt dazu sagen, also so krass erwischt hat es mich echt lange nicht mehr, ne? Also, diesmal hat es mich ja richtig aus den Latschen gehauen. Aber nicht nur mich. Also, wenn man sich so umhört, zurzeit unheimlich viele sind krank, ne? So, Thomas. Komm. Was hast du denn Thomas im Dreschen? Ja, 23%. Na dann. Hottohü, oder wie das heißt. Abfahrt. Ja, Thomas macht das hier fein fertig. So, dann switchen wir einmal in den JCB. In den JCB. Ich soll immer jetzt auch Englisch sagen. Weil Deutsch klingt doof. Wir nennen ihn einfach Fast Track, oder? So, und dann werden wir hier mal eben das Stroh einsammeln. Oh, quält sich aber einen ab hier, du. So, warte mal. Wir werden uns mal vom Drescher den GPS-Kurs holen. Gleich, wenn er da ist. Oder geht's jetzt schon? Was hab ich denn jetzt? 7,3. Na bitte. Das ist er doch schon. Sehr schön. Ja, ich mein, wenn man schon GPS hat, ne? Warum sollen wir das nicht auch nutzen? Vor allem dann in Verbindung. Ja. Der Drescher nutzt es und ich kann mir das vom Drescher holen. Also, wunderbar. Hab ich genau seinen Spur. Kann ich den ganzen Kram hier schön einsammeln. Ohne, dass hier irgendwas passiert. In der Zeit kann ich schön in der Gegend rumglotzen. Und gucken, wie ich noch Geld verdienen kann. Aber ich glaub, mit dem Kompost klappt das ganz gut. Das war ein guter Tipp. Ich glaub, von Manfred war das sogar, ne? Der Manfred... Ich wollte ja das Stroh eigentlich einlagern. Und da hat er gesagt, nee, du, das ist Quatsch, ne? Das ist totes Kapital. Hatte ich aber, glaub ich, eh schon mal erwähnt. Ähm, aber er hat vollkommen recht, ne? Das wäre echt totes Kapital, wenn ich jetzt hier das Stroh einlagere. Und, äh, für irgendwann, wenn ich denn mal Kühe habe... Für dann so lange aufheben. Mit Gras, das können wir machen. Das ist kein Problem. Das wächst sowieso wieder nach. Aber... Das mit dem Stroh finde ich echt eine gute Idee. Weil das Gras könnte ich jetzt eh nicht, ähm, so krass weiterverwenden, ne? Klar könnte ich Silaschen rausmachen. Warte mal. Thomas, lass mich mal eben vor. Dann nehm ich die Bahn hier mit. Aber das können wir ja dann zur Not immer noch. Können wir Mais anbauen, können wir richtige Silage machen. Und keine Gras-Silage. Er ist nett. Er ist netter. Er grüßt immer. Er hat zwar keine Textur auf sein Ding, aber das macht nix. Er ist trotzdem immer schön am Grüßen. Er ist ganz stolz auf sein Kutter. Ja, er hat hier nämlich auch mal angehalten. Ja, da haben wir quer über das Feld gebrüllt. Und was glaubst du dann? Ja. Der hat mir Geschichten erzählt, sag ich dir, von hoher See. Alter Falter. Bin ich froh, dass ich meine drei Felder hier hab und hier auf Mutter Erde bin. Ne, ne. Das mit dem Wasser, das lass man. Ich mein, ich komm zwar von der Küste, ne. Ich bin ja gebürtig in Rostock. Aber das mit dem Boot fahren und sowas. Ne, ne. Das könnt ihr alleine machen. Den Quatsch mal ich nicht mit. Dann lieber mit dem Flugzeug oder mit dem Auto. Aber so dieses mit dem Boot. Ne, du. Oha, 90% schaffst du das noch bis oben. Ne, ne. Thomas. Das wär ja ein Traum, wenn du das noch schaffen würdest. Ich bin nämlich auch gleich voll, Thomas. Na, wir müssen aber erst Thomas abtanken. Der kostet uns zu viel Geld. Mit diesem erweiterten Helfer-Tool hier, ne. Das wird sonst zu teuer, du. Wenn der da angestellt ist und nur rumsteht. Oh, der schafft das nicht. Na, macht nix. Ja, Thomas, ich komm. Mach dich bereit. So. Na, halt mal hier eben an. So, dann werden wir eben schnell abtanken. Das macht ja nix. So, nun haben wir die andere Ernte doch nicht geschafft. Schade. Ja, dann gucken wir uns das halt beim nächsten Mal an. Macht ja nix. Aber in der Ruhe liegt die Kraft, ne. Wir brauchen hier nicht rumhetzen. Dann lieber schön in Ruhe alles fein fertig machen hier. Das macht eh viel mehr Spaß. So, hier haben wir auch ganz schön Haufen in der Mitte gelegt, du. Soviel zum Thema Achslast. So, sehr schön. Gut. Und, Thomas? Feuer frei. Das hat ja auch, ne. Ja, das sieht gut aus. So, dann fahren wir jetzt schon mal zum Komposter hier. So, GPS kann dann erstmal aus. Und dann werden wir mal gucken, wo das da alles reinkommt. Ich weiß das selber noch nicht. Wir werden mal die zweite Einfahrt nehmen. Diese hier. Ach ja, übrigens, das Saatgut, ne. Hattet ihr mir auch den Tipp gegeben. War ich nachher aber selbst dann auch drauf gekommen. Das habe ich jetzt alles ins Hauptsilo reingekippt. Das kannst du da nämlich einlagern. Und dann auch wieder dort entnehmen. Also, das klappt jetzt wunderbar, ne. Kann ich euch nochmal eben zeigen. Also, hier kommt dann auch in diese ganz normale Schüttgosche, hier kommt dann auch Saatgut rein. Steht im Übrigen auch, ja, da steht es dran, ne. Saatgut und Dünger. Und wird dann hier gut geschrieben. Also, wir haben jetzt noch 4.300 Saatgut im Lager. 61.000 Hopfen. 201.000 Gras. Und ein bisschen Raps, ein bisschen Mais, ein bisschen Soja, ein bisschen Sonnenblume. Ja. Das war es dann auch schon. Also, so viel ist dann nicht mehr los, ne. Gut. Und, ja, dann würde ich sagen, kommen wir für diese Folge auch erstmal wieder zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne, gerne einen Daumen da lassen. Würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Und, oder vielleicht sogar auch ein Abo. Und wenn du jemandem den Kanal noch empfehlen möchtest, kannst du das Video selbstverständlich sehr gerne teilen. So. Und damit bedanke ich mich bei dir fürs Zusehen. Hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.